so reagieren wir mal auf die guten alten seiten alberto vs flying google volume 1 beatbox vs kung fu das ist ein kurzfilm auf dem kanal von alberto flying google hat tobe gerade versucht diesen crazy frog genau zu machen also also den beat halt das hat ue gerade versucht oder bruder damals damals hatte er noch haare und ja also ich glaube die haare auf seinem kopf sind jetzt in seinem gesicht die musik woher ist die musik freunde erinnert mich ein wenig an tecken wow ja uwe ist heute besser der kampf das ist mit dem x war wohl nix war rosa 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 Das Video ist definitiv geil.